Wir haben die antike Höhle der Zwerge erreicht. Es heißt, vor Hunderten von Jahren stand hier eine große Stadt mit hohen Gebäuden und riesigen Fabriken. Welche Gewalt war nötig, um all das zu zerstören? Nicht einmal Ruinen sind noch hier. Die Dämonen der Tiefe waren erzürnt, dass Sterbliche in ihr Gebiet eingedrungen waren und machten die Stadt dem Erdboden gleich. Die Schmiede ist das Einzige, das wieder aufgebaut werden konnte. Nun, dann müsste sie leicht zu finden sein. Machen wir uns auf den Weg. Ja. Straße zur Schmiede, aber es gibt hier noch viel zu entdecken und wir haben wieder eine... Still! Möchte gerne mehr. Ich verstehe. Ja. Haben aber wieder Erfahrungspunkte. Können also gerade mal die Führerschaft um eins erhöhen. Ja. Ja, Straße zur Schmiede. Die Straße zum Schmied mag friedlich erscheinen, aber sind wachsam. Das heißt, dass die schwarze Magie auch bis hierher vorgetrunken ist. Ja. 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 Ja, deswegen müssen wir uns ein bisschen vorsehen. Angriff! Gehen wir, mein Teurer. Vorwärts! Und ja, hier hausen definitiv Dämonen. Sogar kleine Feuerdämonen. Seht, scheinbar wurden die Dämonen wieder aus ihren Tiefen gerufen. Wartet einen Moment. Nieder mit den Waffen. Sie kämpfen gegen die Untoten. Vielleicht haben wir Glück und ein Übel vernichte das andere. Ja. Vorwärts! Äh, nein, sie kommen auf uns zu. Zum Angriff! Wow, 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 wow. Ja! Wird erledigt. Natürlich. Ich kann nicht schneller gehen. Okay. Ich kann nicht schneller. Ein sonderlich guter Start. Ich kann nicht schneller gehen. Eigentlich bei den Verlusten, die ich an Schützen gemacht habe, sollte ich die... ein bisschen erneut starten. Das kann ich überspringen. Seid bloß ruhig. Ja. So, gleich mal den Heiz zaubern. Gehen wir, mein Teurer. Jetzt wird das Steigern auch immer langsamer. Also... Gerade eben waren es nur noch 23.000, jetzt sind es nur 25.000. Ja. Nur Vögel sind schneller. Töten! Okay, dann gehen wir aber hier vorwärts. Nur Vögel sind schneller. Hier rum. Geh mal gucken, was hier oben so zum Beispiel ist. Außer ne Untoten Luft. Ja. Oft. Nur Vögel sind schneller. Okay. Seid, wartet. Ja. Vorwärts. Okay, wir gehen jetzt dieses Mal so dicht an der Wand, dass der Dämon uns zum Glück zu ignorieren scheint. Oder auch doch nicht. Vorwärts. Nur Vögel sind schneller. Nehmt keine Gefangenen. Angriff! Okay. Und jetzt haben wir einen Ritter verloren. Jetzt mich veralbern. Wir dienen dem Kaiserreich. Gehen wir, mein Teurer. Gehen wir, mein Teurer. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt erstmal gerade aus. Biegen dann ab zu den Bären. Nur Vögel sind schneller. Ja. Seht, wartet einen Moment. Ja. Nur Vögel sind schneller. Feuerwächter zu haben, wäre nicht schlecht. Vorwärts. Nur Vögel sind schneller. Nur Vögel sind schneller. Nur weil wir verarschen. Also, das ist jetzt echt heftig. Gehen wir, mein Teurer. Ja. Also, ja, wir müssen da unten zum Schmiedeausgang, aber hier gibt es so viel zu erkunden. Töten! So, speichern wir einfach hier mal. Nur Vögel sind schneller. Nur Vögel sind schneller. Was? Wohin gehen? Vorwärts. Seht, Schei wartet. Zum Angriff. Mit Schwert und Ross. Nehmt keine Gefangenen. Und wir haben wieder einen Ritter verloren. Ja. Weil ich die Zauber nicht bereit hatte. Nur Vögel sind schneller. Seht, wartet. Vorwärts. Ja, vorwärts. Angriff. Verwundet und gezündet. Mit Schwert und Ross. Ja. Nur Vögel sind schneller. Vorwärts. Okay, das hat geholfen. Nur Vögel sind schneller. Nur Vögel sind schneller. Mit Schwert und Ross. Ja. Vorwärts. Ja. Ja. Vorwärts. Ist aber interessant, je nachdem von wo wir kommen. Nur Vögel sind schneller. Ja. Vorwärts. Also ja, ich kann ja auch mal einfach so den Zauber benutzen. Vorwärts. Gehen wir, mein Teurer. War hier gerade eben nicht noch ein Niederathämon? Vorwärts. Eure Befehle? Vorwärts. Ja. 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 Nur Vögel sind schneller. So, der Feuerwächter hilft auf jeden Fall, dass... Mit Vergnügen. Ja. ... die Feuerangriffe der Dämonen von den Rittern abprallen. Vorwärts. Oder fast keinen Schaden wenigstens mehr verursachen kann. Nur Vögel sind schneller. Gehen wir, mein Teurer. Also ja, ich hab so irgendwie das Gefühl, die geskripteten Kämpfe hier funktionieren nicht ganz so gut, wie sie sollten. Ja. Oder sind davon abhängig, welche Wege wir einschlagen. Gehen wir, mein Teurer. Gehen wir, mein Teurer. Vorwärts. Hier scheint alles eingestürzt zu sein. Nur Vögel sind schneller. Also ich sehe hier keine Untoten. Gehen wir, mein Teurer. Nur Vögel sind schneller. Vorwärts. Mal gucken, was es hier oben so gibt. Und ich weiß, wenn ich hier einfach die ganze Zeit die Dämonen mit Zaubern weghaue, dass meine Truppen keine Erfahrung kriegen. Gehen wir, mein Teurer. Vorwärts. Das hier oben sieht aber auch wie eine Schmiede aus, irgendwie. Gehen wir, mein Teurer. Das sieht ja wie ein magisches Siegel aus. Wir brauchen einen Schlüssel. Ja. Ja. Gehen wir, mein Teurer. Gehen wir erst mal zu X. Gehen wir, mein Teurer. Weil irgendwie sieht es eigentlich so aus, als ob die Schmiede hier hinten wäre. Nur Vögel sind schneller. Achso, ja. Denen. Wollte ich ja das hier geben. Ach, herrje. Kleine untote Armee. Töten. Ja. Gehen wir, mein Teurer. Ja. 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 Jawohl, Sir. Was ist hier geschehen? Haben die Monster die Schmiede zerstört und sie zu ihrem Reich gemacht? Nein. Das ist ein vollkommen anderer Ort. Wir haben die falsche Straße genommen. Wir hätten an der Kreuzung nach links gehen sollen. Das hätte jedem passieren können. Anscheinend wurde das verlorene Artefakt als magischer Schlüssel benutzt. Bereit. Auf zum Sieg. Okay, also wir sind einfach falsch langgegangen. Vorwärts. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020